Laden Sie die Vorteilswelt-App der Salzburger AG aus dem App Store herunter. Danach können Sie sich gleich anmelden. Achtung! Nur wenn Sie in der Vorteilswelt-App angemeldet sind, können Sie Ihre Vorteile einlösen. Ihre Zugangsdaten zur Vorteilswelt-App sind die gleichen wie zum neuen Kundenportal der Salzburger AG. Wenn Sie die Startseite durchgehen, sehen Sie aktuelle Vorteile und Vorteile, die in Zukunft starten. Sie sehen also Vorteile gültig ab und gültig bis. Der Einlösevorgang, also wie Sie zum Angebot kommen, wird in der Detailansicht genau beschrieben. Sie können einen Gutschein einlösen oder sich einen Gutschein sichern. Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie viel Spaß mit der Vorteilswelt-App der Salzburger AG.